Musik Also ich wurde ab meinem fünften Lebensjahr von einem Freier bzw. einem Verwandten von meinen Eltern über neun Jahre verkauft, vergewaltigt. Sexuellen Missbraucht immer, jeden Sonntag nach der Kirche. Ja, man kann Alkohol, Prostitution, Absturz. Was ist das Geld? Lässt mich verarschen. Oh, die Hölle, ich hab' geschlafen gar nicht bis zum Abwinkeln, Kanten ausreif, das Platte, die man kriegen, man kriegt nur was schlecht weg, das Ganze, eigentlich überhaupt nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017